Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch über From Zero reden, das neue Album von Linkin Park. Ich habe das noch nie gemacht, aber wir machen jetzt einfach mal eine Album-Review. Als Fan von Rockmusik, als Fan von Linkin Park ist es doch eigentlich wirklich spannend, wenn jemand, der Spaß am Album hat und Spaß an der Band hat und auch richtig gehypt war die letzten zwei, drei Monate, als das alles mit Emily Armstrong rauskam. Ich möchte meine Meinung dazu sagen, denn ich als langjähriger Linkin Park-Fan, als Fan von Rockmusik, generell als Fan von Musik, auch als Hip-Hop-Fan, als Rock, Metal, Punk-Fan, eigentlich den ganzen Rock-Katalog, kann ich jeder Musikrichtung was abgewinnen und möchte mit euch meine Leidenschaft teilen. Und ich möchte ein bisschen was zu dem Album sagen. Ich möchte auch nicht den Fakt außen vor lassen, dass ja Chester Bennington gestorben ist. Ich möchte nicht den Fakt außen vor lassen, dass Chester Bennington ein elementarer Bestandteil von Linkin Park war. Aber ich möchte so meine Gefühle, meine Gedanken in diese Review mit einfließen lassen, denn so sehr ich es versuche, ich kann ja den Fakt nicht außen vor lassen, dass Chester Bennington einfach nicht mehr unter uns weilt. Ich möchte aber auch nicht das Album schlecht bewerten, nur weil ich diesen Gedankengang habe und weil ich diese Gefühle habe. Ich bin wirklich sehr neutral rangegangen und ich habe mich wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr so auf ein Musikalbum gefreut, als wäre ich wieder ein Jugendlicher, würde in den Plattenladen gehen, würde vielleicht vor dem Plattenladen campen, nur um als Erster an dieses Album zu kommen. Und solche schönen Gefühle habe ich ewig nicht mehr gehabt, wenn es ums Thema Musik geht. Ich muss dazu sagen, ich bin ja nie Fan von Intros. Ein Intro-Song ist okay, aber Intros, die nur 20 Sekunden gehen und vielleicht ein bisschen nichtssagend sind. Aber ein Intro sollte auch, wie ich finde, nicht in eine Bewertung mit einfließen, denn es ist ein Intro, vielleicht ein kleiner Skit, wo sich die Band was gedacht hat, wo sie sagen, ja komm, dieses Intro, vielleicht ist es ein bisschen kryptisch, vielleicht gibt es den Leuten was, es ist schön wieder Stimmen zu hören, die man kennt. Ich werde das Intro in der Bewertung außen vor lassen. Wir haben also 10 Songs, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Den hymnenartigen Gesang von Stain, der glaube ich sehr, 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 sehr vielen Leuten gefallen wird. Da kommt man echt ins Schwärm. Für Linkin Park Fans ist es wirklich ein verfrühtes Weihnachten. Den Facettenreichtum, den Linkin Park hier an den Tag legt, der sucht wirklich seinesgleichen. Von New Metal Album, Hybrid Theory, Meteora, so ein bisschen poppigeren, wie zum Beispiel One More Light. Es ist eigentlich alles dabei. Wir haben ein Hard Rock Album, ein Hunting Party, wir haben ein Remix Album, wie Reanimation und Recharged. Absolut cool, also die Band entwickelt sich immer weiter, Fanbase wird gespalten. Eigentlich polarisiert es von Anfang an, muss man dazu sagen. Den Punkt muss man Linkin Park geben, aber das macht sie auch so erfolgreich. Und das macht sie auch aus, denn wir alle entwickeln uns an gewissen Punkten im Leben einfach weiter. Ich verstehe, dass viele da nicht mitgehen. Ich verstehe aber auch, dass viele mitgehen und sagen, hey, ich lasse mich einfach drauf ein und ich lasse es auf mich zukommen. Und ich glaube, wenn man wirklich so an dieses Album rangeht, wird man einfach nicht enttäuscht. Es fühlt sich auch für mich an, als wäre dieses Album eine musikalische Reise durch jede Ära von Linkin Park. Als Fan kommst du wirklich auf deine Kosten. Als Außenstehender musst du dir das vielleicht ein paar Mal mehr anhören. Es ist jetzt auch, und ich sage es wirklich deutlich, es ist kein Hybrid Theory und es ist auch kein Meteora. Will es auch nicht sein, kann es auch gar nicht sein. Denn wenn man sich Hybrid Theory mal anguckt, man hört sich das durch und auch Meteora hat auch noch Züge davon, sind diese Alben sehr düster. Und die Düsternes, oh Gott, wenn das so ein Wort ist, gab es nur, weil Chester Bennington in der Band war. Kann es auch gar nicht mehr so klingen. Ich persönlich muss nicht jedes Mal ein düsteres Album haben. Es steht der Härte aber ein Nichts nach. Also ihr werdet da wirklich den Linkin Park Spirit spüren. Also ihr hört es und ihr werdet niemals denken und ihr werdet niemals auf die Idee kommen, ey, das ist ja gar nicht Linkin Park. Dieses Gefühl werdet ihr nicht haben bei diesem Album. Also ihr werdet als Linkin Park Fan, werdet ihr hundertprozentig auf eure Kosten kommen. Es ist jetzt die Frage, wie hörst du dir dieses Album denn an? Die Emptiness Machine, Heavy is the Crown, Over Each Other, Casualty und jetzt Two-Faced zeigen ja die ganze Palette, die Linkin Park noch drauf hat. Und jetzt ist es jedenfalls so, dass diese Erfahrungen, die Linkin Park, Mike Schnoda gemacht haben über die Jahre, mitproduzieren von Musik, mitproduzieren für andere Künstler. Diese Erfahrung spiegelt sich hier in diesem Album wieder. Also es fühlt sich an wie ein Oldschool Linkin Park Album, aber es hat völlig neue Anstriche. Man merkt es, dass Colin Britton, der Drummer, hier mitproduziert hat. Auch Mike Schnoda hat produziert und Brad Delson. Es ist absolut krass, von vorne bis hinten. Der Faktor Emily Armstrong, die jetzt neu in die Band gekommen ist, spielt hier bei dem Album eine riesengroße Rolle. Wenn man Dead Sarah kennt und die Musik gut findet, spürt man hier wirklich den Einfluss. Man spürt auch den Einfluss von Colin Britton, der der jüngste der Band ist, sehr viel frischen Wind mit reinbringt. Und ich bin der Meinung, es klingt nicht wie Hybrid Theory, es klingt auch nicht wie Meteora, aber es steht den beiden Alben in überhaupt nichts nach. Es kann mit den beiden Alben mithalten. Man muss sich nur wirklich drauf einlassen, man muss sich vor Augen führen, dass wir nicht mehr in den 2000ern sind. Wenn du das Album hörst, hast du einfach den Vibe. Es ist ein sehr aggressives, hartes, nach vorne gehendes Album. Von der Aggressivität, finde ich, steht es Hybrid Theory oder Meteora in nichts nach. Ich würde ja sogar sagen, Songs wie Casualty, was wie ich finde, einer der härtesten Songs von Linkin Park ever ist. Obwohl, nein, es stimmt nicht ganz. I Give You Everything I Have ist das absolut krasseste und das ist wirklich ein outstanding Song. Das ist wirklich das krasseste, was ich seit Jahren gehört habe. Also diesen Song muss ich wirklich hervorheben, der ist unfassbar. Unfassbar starker, treibender, aggressiver Song. Oder letzte Part, alter Falter. Also da fliegt ihr wirklich, da fliegt ihr das Höschen weg. Also wer da noch still sitzen kann oder nicht mit dem Kopf nickt, ich glaube, da liegt echt was im Argen. Und Casualty sowieso, diese Rap-Parts von Mike, dass er mal schreit. Alleine deswegen sollte man sich dieses Album wenigstens einmal anhören. Ich will auch gar nicht zu viel sagen, aber Cut The Bridge, Holy Moly. Also dieser Song ist wirklich schmackofatz. Soll man einen Song eigentlich empfehlen? Also wenn ich jemandem einen Song empfehlen würde, wenn er sich das Album anhören sollte, Cut The Bridge, I Give You Everything I Have, unfassbar krass. Einfach unfassbar krass. Das Düstere, das Chester und die Band umgeben hat, das ist nicht mehr da. Aber es ist experimenteller. Man merkt, die Band hat sich musikalisch weiterentwickelt. Und es ist ein Album, das für sich steht und meiner Meinung nach keine Fehler zulässt, keine Fehler begeht. Es ist natürlich die Frage, wie steht man zu Over Each Other oder Good Things Go. Kann man mit diesen Songs was anfangen? Aber wenn man das kann und wenn man sich auf Overflow einlässt, das sehr viel experimentiert mit Flow-Variationen, dann wird man absolut seinen Spaß damit haben. Also meiner Meinung nach ist dieses Album für Fans von Linkin Park, für Fans von Dead Sarah eine absolute 10 von 10. Ich kann es euch empfehlen, hört es euch an. Ich wurde nicht enttäuscht und ich hatte wirklich selten so viel Vorfreude wie bei diesem Album. Eigentlich dachte ich wirklich, ich bin so gespannt, was kommt. Ich werde hundertprozentig enttäuscht, denn meine Erwartungen, die können gar nicht erfüllt werden. Aber danke Mike, Joe, Dave, Brad, Colin, Emily. Danke Linkin Park, dass ihr mir so ein schönes Stück Kindheit und wir sind auch ein bisschen erwachsen geworden, dass ihr mir das geschenkt habt. Cooles Album, eine Reise in die Vergangenheit, aber auch eine Reise in die Zukunft und auch die Gegenwart. Es wird schön zelebriert, wird mir wieder vor Augen geführt, wie sehr ich eigentlich Linkin Park vermisst habe. Dass diese sieben Jahre, das war schon ein Leidensweg. Aber er hat sich gelohnt, den zu geben. Danke fürs Zugucken, hat mich gefreut. Das war mein Beitrag zu From Zero. Ein ganz großes Dankeschön geht an Janana Bäre, Toni Wolf, Eiko, Rexon. Danke für eure Unterstützung. Ihr seid wirklich die Besten.